Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 27. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1339. Heute mit den folgenden Themen. Twitter, Audible, TSMC, Cluedo, Neunschritte und iRig. Ja, Twitter. Ich habe seit Jahren, genau gesagt, ich habe nachgeschaut. Irgendwann im Jahre 2012, das erste Mal, oder da, wo ich es gefunden habe, das erste Mal, darüber gesprochen, dass ich gerne für den Dienst bezahlen würde, wenn ich da dann mehr Möglichkeiten hätte und oder Twitter auch unterstützen könnte. Denn ich bin immer schon ein riesengroßen Fan von Twitter gewesen. Ja, Musk ist da. Ja, Musk hat aufgeräumt. Ja, Musk hat auch einige Fehler gemacht. Aber nach wie vor ist es ein sehr, sehr für mich beliebtes Netzwerk, an dem ich gerne meine Zeit verbringe, respektive die wenige Zeit, die ich habe. Aber da bekomme ich Antworten und alles Mögliche. Kurz drum herum, letzte Woche ist es möglich geworden, auch in der Schweiz, mit Twitter Blut zu nutzen und zu bezahlen. Ich habe jetzt bezahlt. Ich habe noch nicht den blauen Haken, aber darum geht es mir auch nicht. Es geht mir, wie gesagt, darum, Twitter zu unterstützen und eben ein paar Möglichkeiten zu haben, wie dem Editieren nach dem Absenden von einem Tweet oder sowas. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, weiter geht es mit Audible und die haben Hörbücher und Podcasts mit Dolby Atmos angereichert. Das klingt natürlich toll. Was weniger toll ist, ja, die Anzahl der angereicherten Formate sind circa deren 40. Man hat sehr klein angefangen. Da gibt es andere Hersteller, die zuerst irgendwie ein paar Zehntausend machen und erst dann darüber berichten und sagen, dass man in einem halben Jahr dann noch das Fünffache davon hat oder so ähnlich. Ja, Audible ein bisschen anders. Aber ja, Hauptsache Dolby Atmos hat Einzug erhalten. Jetzt hoffe ich, wird es oder ich hoffe es für euch, die da vielleicht Kunden sind, dass sich das mehr ausbreiten wird und man dann mehr von diesem Immersive-Hörbücher- und Podcast-Feeling haben kann. Weiter geht mit TSMC. Da gibt es, und ich werde es euch verlinken, eine Berichterstattung über einen Besuch in einer deren Fabriken. Mehrere haben sie, nämlich 13 Stück. Und da werden ganz, ganz, ganz vielen, nämlich Trillionen von Transistoren für Apple gebastelt. Auch für andere Hersteller, aber hier geht es vor allem um Apple. Und die Dame, die da auf Besuch war, hat ein bisschen darüber berichtet, was sie alles da so erlebt hat, was sie da gesehen hat und was da, ja, wie TSMC arbeitet. Mit dem Blick auf den Hintergrund, dass TSMC ja aktuell in Arizona, also in Amerika, ein eigenes Fertigungswerk erschliessen möchte. Da dürfen wir natürlich gespannt sein. Weiter geht es mit Cluedo. Cluedo, wie man es auch immer ausspricht, ein Brettspiel-Klassiker aus dem Hause Hasbro. Oder zumindest mittlerweile aus dem Hause Hasbro. Das hat Einzug erhalten in Apple Arcade. Das heisst, wer da Geld bezahlt für genau diesen Dienst oder wie ich Apple One nutzt und dann das auch inkludiert hat, der kann das Spiel spielen. Aber nicht wie bei der Brettspiel-Variante nur mit einer Karte oder mit einer Map. Nein, hier sind zehn verschiedene Brettspiel-Designs möglich. Von einer Villa über ein Papierschloss. Es geht nach Ägypten, nach Hollywood. Sherlock Holmes ist mit integriert und so weiter und so fort. Wer mag, darf also gerne Krimis lösen. Ja, heute regnet es noch ein bisschen, aber es ist langsam Zeit, um sein E-Bike rauszunehmen. Und was man da zu beachten hat, eben wenn man das E-Bike hervornimmt, das habe ich mal ein bisschen zusammengefasst. In einem sogenannten Neun-Schritte-Frühlings-Check habe ich für Y.ch einen Artikel zusammengeschrieben, auf was ihr da achten müsst, welche Dinge das wichtig sind und wie, dass ihr eben dann schlussendlich ein gutes E-Bike wieder habt für die Frühlings- respektive Sommersaison. Und zu guter Letzt geht es um ein neues Video, was online gegangen ist, das iRig Stream Mic Pro. Das ist übrigens auch über das, was ich hier reinspreche. Noch ein bisschen vorsichtiger und verhaltener, denn es übersteuert gerade ein bisschen. Ich muss hier noch ein bisschen feintunen, denn ich habe im Video versprochen, ich werde diese Woche mal mit diesem Mikrofon aufnehmen, um zu zeigen, was es kann und oder eben auch nicht. Wer das genauer anschauen möchte, Link wie immer auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens, da findest du den Link zum Video und eben da, wo ich das Ganze erklärt habe. Auch die anderen Themen sind da natürlich verlinkt. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ja, freue mich auf bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.